Die Ernährung, wie kann die uns denn vielleicht helfen, wenn wir da gerade eine schwierige Phase durchmachen? Kann man mit der Ernährung vielleicht irgendwie den Heilungsprozess unterstützen? Und deswegen würde jetzt Julia Ederer zu uns hier vorbitten. Sie ist nämlich Ernährungsberaterin und wird uns jetzt die nächsten zehn Minuten, Sie dürfen dann auch gerne dieses Mikrofon nehmen und hier den Umschalter, so ein paar Ernährungstipps geben und sagen, was können wir da vielleicht verbessern? Ja, danke schön. Weniger Ernährungstipps, vielleicht eher. Ich habe versucht, viele Mythen aufzugreifen, die uns regelmäßig eigentlich in der Beratung begegnen, dass wir da einfach mal ein bisschen damit aufräumen. Allen voran eben der Zucker. Das kommt ganz häufig vor. Die Patienten sind da sehr verunsichert, quasi dadurch auch, was Internetseiten propagieren. Der Zucker, der fördert das Tumorwachstum und Zucker ist der Treibstoff der Krebszellen sozusagen. Auch zum Teil wird ja auch Fruchtzucker angesprochen, also das Obst, dass das eben auch möglichst vermieden werden sollte, weil das eben natürlich auch das Krebswachstum fördern könnte. Genau. Genau. Und die sind in der Zeit und suggerieren dem Leser eben auch, wenn er jetzt den Zucker weglassen würde oder allgemein eventuell Kohlenhydrate, dass man eben den Krebs damit aushungern könnte. Ja, aber was ist da jetzt tatsächlich dran? Also das ist die Ernährungspyramide, das ist eine grafische Veranschaulichung für die gesunde Ernährung für jedermann sozusagen. Die werden Sie sicherlich auch schon mal gesehen haben. Und was ich damit eigentlich zeigen will, ist, dass ein hoher Zuckerkonsum generell nicht empfohlen ist. Also auch für einen gesunden Menschen sollte Zucker eher eine untergeordnete Rolle spielen. Von der Weltgesundheitsorganisation wird ein reiner Zuckerkonsum von weniger als 25 Gramm pro Tag empfohlen. Je nachdem, was man da isst, kann das natürlich dann, also wenn es jetzt beispielsweise Gummibärchen oder Marmelade ist, was halt zu 80 Prozent ungefähr aus Zucker besteht, dann hat man einfach diese 25 Gramm schneller zusammen, als wenn man jetzt ein Stück Kuchen oder Schokolade isst, wo halt ein bisschen mehr Fett noch mit dabei ist. Aber generell ist auch hier nur eine Portion am Tag empfohlen. Also es ist jetzt nichts, also Zucker wird auch generell eben einfach nicht empfohlen für einen gesunden Menschen. Zwischen Obst und Zucker an sich wird, also zwischen Fruchtzucker und Zucker an sich wird auch unterschieden. Und zwar hat man im Obst ja noch gesundheitlich förderliche Stoffe, eben wie die Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe. Aber auch hier wird gesunden Menschen empfohlen, mehr als zwei Portionen am Tag sollten es eben nicht sein, weil der Fruchtzucker in hohen Mengen auch gesundheitlich abträglich sein könnte. Also dementsprechend auch hier keine anderen Empfehlungen und eine Portion ist da ungefähr 125 Gramm, also ganz normal eine Banane beispielsweise oder ein etwas größerer Apfel zum Teil, genau, oder drei kleine Aprikosen oder sowas. Generell werden ja Kohlenhydrate etwas oft verteufelt. Die Grundlage dafür ist eben der Warburg-Effekt, dass man sagt, dass Kohlenhydrate oder dass die Krebszellen die Kohlenhydrate primär als Energiequelle nutzen und Fett und Eiweiß können die Krebszellen nicht verwerten. Dementsprechend liegt der Fokus von dieser ketogenen Ernährung, nennt man das, also kohlenhydratfreie Ernährung, die oft sozusagen angepriesen wird, da liegt der Fokus eben auf Fett- und eiweißreichen Lebensmitteln. Was man da aber sehen kann, was sehr ersichtlich ist, ist, dass da die gesunde Ernährung eigentlich komplett auf den Kopf gestellt ist, also weil ein sehr großer Teil eben bis zu 75 Prozent der Ernährung dann eben aus fetthaltigen Lebensmitteln bestehen soll und das ist ja überwiegend in tierischen Produkten drinnen, Fisch, Fleisch, Eier, Milchprodukte, zum Teil natürlich auch in pflanzlichen Lebensmitteln wie in Avocado oder in Ölen oder in Kokos, aber der überwiegende Teil ist tierisch und die Kohlenhydrate sollen dann eben nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil ausmachen, weniger als 25 Gramm pro Tag, das ist wirklich wenig, das würde zum Beispiel in einer Scheibe Pumpernickel stecken oder in zweieinhalb Esslöffel Haferflocken oder in fünf Esslöffel Reis, also es ist wirklich wenig und da hätte man dann seinen Soll an Kohlenhydraten schon erfüllt und alles andere sollte fett- und eiweißreich sein. Genau, hilft das jetzt eigentlich? Also es ist so, dass ein systematisches Review hat sozusagen die Studienlage untersucht, welchen Effekt die ketogene Ernährung, also eine kohlenhydratfreie Ernährung auf die Gesundheit beziehungsweise auf Krebserkrankungen hat und dabei konnte sich herausstellen, dass das keinerlei Effekte, also keinerlei Gesundheitseffekte hat oder keinerlei Vorteile auf eine Krebserkrankung, denn es konnte weder eine Rückbildung von Tumoren erzielt werden, auch die Überlebenszeit der Probanden hat sich nicht verlängert und Nebenwirkungen der Therapie konnten auch nicht reduziert werden durch eine kohlenhydratfreie Ernährung. Weiterhin weisen sie eigentlich eher auf Risiken hin, nämlich dadurch, dass dem Körper ja die Kohlenhydrate entzogen werden, was die primäre Energiequelle für uns darstellt, kommt es halt häufig zu Energielosigkeit, auch Übelkeit kann eine Nebenwirkung sein und was man in dieser Patientengruppe überhaupt nicht will, eine Gewichtsabnahme, dadurch, dass da, wenn die Kohlenhydrate wegfallen, fallen auch viele energiedichte Lebensmittel weg, wie Brot zum Beispiel oder Nudeln oder halt die ganzen zuckerhaltigen Getränke, Getränknahrung würde da auch drunter fallen, würde dann eben auch schon mal wegfallen, also da ist die Gefahr einer Gewichtsabnahme eben sehr groß und das möchte man eben nicht haben. Zudem ist das Risiko für Fettstoffwechselstörungen und Gicht gesteigert durch den hohen Fett- und Eiweißanteil in der Ernährung. Also alles in allem ist es keine zu empfehlende Ernährungsweise überhaupt und insbesondere eben auch nicht bei Krebserkrankungen. Ja, in aller Munde ist auch der krebsschützende Effekt von Brokkoli beziehungsweise da geht es eigentlich eher um den darin enthaltenen Stoff des Sulforafan, was sich auch in anderen Kreuzblütengewächsen findet, aber insbesondere in hoher Menge im Brokkoli. Und diese Kreuzblütengewächse, darunter fallen alle möglichen Kohlsorten, Weißkohl, Rotkohl, Grünkohl, Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Rettich. Und dieser krebsschützende Effekt, der liegt darin, dass eben wohl die krebsüggünstigen Zellveränderungen verhindert werden sollen und auch das Absterben von Krebszellen verstärkt werden soll durch dieses Sulforafan. Und dieser Effekt wurde tatsächlich in Studien schon nachgewiesen. Allerdings nur im Labor. Da konnte nachgewiesen werden, dass das Wachstum von malignen Zellen, also von Krebszellen, reduziert werden konnte. Auch die Selbstzerstörung von den Krebszellen, dass die sich quasi selbst zerstört haben und dann direkt vom Organismus aussortiert werden, konnte eingeleitet werden. Auch die Metastasenbildung konnte gehemmt werden und zudem hat Sulforafan noch eine entzündungshemmende Wirkung. Wie gesagt, ist es aber allerdings so, dass diese Studien, die diese Ergebnisse erzielt haben, das waren nur Mausmodelle und auch Zellversuche, dementsprechend Studien, die am Menschen getestet wurden, die fehlen einfach dafür noch. Dementsprechend kann man das jetzt nicht wirklich sagen, welche Effekte Sulforafan als Nahrungsergänzungsmittel auf den Menschen hätten. Was man aber auf jeden Fall sagen kann oder was sehr zu empfehlen ist, dass man Sulforafan-haltige Lebensmittel in den täglichen Speiseplan mit einbaut, also alle möglichen Kreuzblütengewächse gerne mit in eine ausgewogene Ernährung aufnimmt. Auch Kurkuma ist zurzeit sehr populär. Kurkuma soll fortgeschrittene Metastasen verringern, auch das Immunsystem stärken und freie Radikale bekämpfen. Freie Radikale führen dazu, dass die Zellen vorzeitig altern durch Einflüsse wie beispielsweise Stress oder Alkohol, Nikotin. Und das soll Kurkuma eben bekämpfen. Da geht es eher darum, um den Stoff Kurkumin, der in der Kurkuma-Pflanze enthalten ist. Das ist ein sekundärer Pflanzenstoff, was der Kurkuma auch ihre Farbe, ihre orangene Farbe verleiht. Und dieser schützende Effekt vom Kurkumin soll darin bestehen, dass das Zellwachstum von den Krebszellen reduziert wird. Auch hier, dass die Apoptose eingeleitet wird. Also das ist wieder diese Zerstörung, die selbstständige Zerstörung von den Krebszellen, dass sie verstärkt wird. Und zudem hat Kurkumin auch noch eine entzündungshemmende Wirkung, dadurch, dass es ins Immunsystem eingreift und mit entzündungsfördernden Stoffen konkurriert. Das konnte alles nachgewiesen werden. Allerdings muss man entgegen diesem positiven Effekt vom Kurkumin sagen, dass Kurkumin eine sehr geringe biologische Verfügung Verfügbarkeit hat. Das heißt, im Organismus nur zu einem ganz geringen Teil genutzt werden kann, dadurch, dass es sehr schnell verstoffwechselt wird und eine geringe Absorptionsrate hat. Dementsprechend ist eigentlich gar nicht klar, welche Dosis erforderlich wäre für diesen günstigen Effekt vom Kurkumin. Und man weiß auch nicht, ob das irgendwelche toxischen Wirkungen hat. Da braucht man einfach noch mehr Studien, die das am Menschen durchführen, als Nahrungsergänzungsmittel nutzen. Also diese aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse reichen derzeit nicht aus, dass man eben sagen könnte, Kurkumin kann man als Naturheilmittel für die Krebstherapie anwenden. Also damit kann man auf jeden Fall keinen Krebs therapieren. Man kann es natürlich, auch hier spricht nichts dagegen, das mit ins Essen einzubauen, als Gewürz beispielsweise in indische Gewürze oder in indische Gerichte meine ich, damit einzubauen, ist auf jeden Fall auch gut für die Verdauung. Was ich Ihnen gerne mitgeben möchte, ist, sich da nicht zu sehr reinzustressen, dass man einfach seine Mahlzeiten so gestaltet, dass es einem gut tut. Die oberste Priorität hat auf jeden Fall, dass man die Lebensqualität möglichst erhält und dass man auf jeden Fall auch eine Mangelernährung vermeidet. Und auch wenn man weiß, dass Zucker jetzt eigentlich nicht besonders gut ist, ich meine, das muss ich keinem sagen, wenn es jetzt halt mal so ist, dass es Ihnen gut tut, da in Gesellschaft zwei Stückchen Kuchen zu essen, dann ist es so und dann ist das besser so, als dass Sie gar nichts essen. Das geht vor. Wenn man sich jetzt aber generell einfach abwechslungsreich ernährt, nach der Ernährungspyramide mit allen wichtigen Nährstoffen wie Vollkorngetreide, mit viel Obst, viel Gemüse, pflanzliche Öle, Milchprodukte, der eher die fettärmeren, viel trinkt, Hülsenfrüchte isst und viel Fisch, dann sollte einem was an Nährstoffen eigentlich nicht mangeln, dann ist man eigentlich gut versorgt. Das war es schon mit dem kurzen Vortrag. Danke für die Aufmerksamkeit. Und falls noch Fragen werden, stehe ich auch gerne draußen noch zur Verfügung. Ja, Frau Ederer, schon mal vielen Dank. Bleiben Sie noch einen ganz kurzen Moment hier. Wie Sie schon sagt, die Frau Ederer, nachher dürfen Sie gerne natürlich einzeln draußen noch was fragen, wenn Sie was wissen wollen. Ich habe jetzt das so verstanden, also Zucker, wie Sie selber sagen, ich muss mich nicht total selber kasteien und sagen, ich lasse alles weg, würde gar nichts bringen. Im Gegenteil, da bin ich vielleicht eher frustriert. Und die andere Sache ist, man hat ja vielleicht auch mal mehr Zeit, auf seine Ernährung zu schauen, wenn man jetzt tatsächlich länger krank ist. Wann kann man sich denn an Sie wenden? Oder was für Tipps können Sie auch den Patienten geben, die vielleicht sogar hier sind, zur Behandlung? Generell für die Ernährung meinen Sie? Nein, also so ganz individuell. Oder wenn jetzt jemand kommt, wann darf sich der denn an Sie wenden? Und was können Sie dem auch mitgeben, sage ich mal? Also wir sind jetzt auf jeden Fall noch draußen, weil es jemand möchte. Dann kann er auch gerne noch vorbeischauen. Ansonsten, wie gesagt, das, was ich gemeint hatte, immer am obersten Stelle steht eben die Lebensqualität, dass man das in der schwierigen Zeit eben möglichst aufrecht erhält. Und dann sollten die Patienten am besten das essen, was sie möchten. Und natürlich gilt für Krebserkrankungen auch eine ausgewogene Ernährung. Aber da muss man halt einfach gucken, wie ist das kompatibel mit Nebenwirkungen beispielsweise oder der allgemeinen Situation. Und oft ist es halt was Zuckerreiches vielleicht noch, was den Patienten dann eher noch gut tut. Oder halt dann eben, wie ich gesagt habe, in Gesellschaft, dann irgendwie noch mit der Familie oder so, wenn man Kaffeekuchen macht. Und dann ist das auch nicht schlimm, wenn man mal was mit Zucker beispielsweise isst. Jawohl. Alles klar. Dann Ihnen vielen Dank. Für. 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 Vielen Dank.